Ich reiß mir den Arsch auf, damit Juan glaubt, dass es Jesus gut geht und der Duchs neuen Bedingungen zustimmt. Und McCall geht zu Juan? Alles ist bereit und er will Jesus gegen die Kleinen austauschen. McCall hat mich nicht gefragt. Er hat's einfach getan. So du's keinen. Und was glaubst du, muss ich tun? Jesus kaltstellen. Sein Vater darf ich nie wiedersehen. Dann ist Jess tot. Glaubst du, ich würde sie gegen jemanden wie dich tauschen? Hier geht es nicht um mich, Evans. Wenn die mich folgen, verrate ich alles. Die ganze Ermittlung geht den Bach runter und jeder verdeckte Agent in ganz Mexiko ist so gut wie tot. Und all das geht auf deine Kappe. Aber passt auf euch auf. Die wollen ihn heute Abend abfangen. Das darf nicht passieren. Hört her. Ja, wir haben jetzt eine Maschine-Gun. Ich bin sowas von platt. Sutum, du übernimmst die erste Wache, Guerra. Was? Okay, aber ich sag dir eins. Ich brauche meinen Schlaf. Wir haben eine Maschine-Gun. Eine Maschine-Gun. Ben! Ben, wach auf! Was? Wet Bandits. Mist! Seid ihr Arschlöcher da drin noch am Leben? Evans! Evans, wach auf! Kommt ohne Waffen raus! Ihr habt 20 Sekunden, oder wir nehmen dir alles auseinander! Hey, wir haben Ressus hier drin, ihr Arschlöcher! Wollt ihr ihn umlegen? Klar! Wir haben euch schon ein bisschen beobachtet. Wir wissen also, dass ihr voller Scheiße seid! Ben! Guerra! Atmet ihr noch? Kriegst du sie? Nicht alle. 15 Sekunden, Essay! Verschon mich damit, Essay! Was ist da drin los? Ben! Halte uns vom Leif, Evans! Oh, scheiße! Was haben die da draußen? Ich glaube, es war das für mich. Das ist ein Wrecking Ball. Kann ich nicht rausgehen? Jetzt kann ich rausgehen. Ich bin glücklich, dass ich die Maschine-Gunhe habe. Ich kann nicht wirklich sehen, wo jemand ist. Ich habe den Sides auf den Topf für eine Reise. Ja, ich habe eine Maschine. Alles klar? Wir müssen zu Jesus! Los jetzt! Gehen zu dem Ort, wo Jesus lockt ist. Wo ist das denn? Da irgendwo? Oh nein. Hör zu, Baby! Mendersers Männer sind überall. Sie folgen dir vielleicht. In der Gruppe gibt es einen Typen namens Carlos. Ich glaube er weiß, was sie vorhaben. Versuch sein Handy zu stehen. Mal sehen, mit wem er so plaudert. Wie sieht er aus? Glatze Tattoos. Ein typisches Kartell-Arschloch. Du findest ihn. Nimm dir das Handy. Okay, Mamacita. Ich hab's gesehen. Ist nicht so wie es aussieht. How the fuck did he see that? How the fuck did he see... I'm sorry, how the fuck did he see that? How good is Mr. McColl really? So we're looking for a skinhead with tattoos. Sie sind schon hier! Wir müssen Jesus vor Ihnen erreichen! Pass auf die Zivilisten auf! Mist, nichts mehr auf hier! Auf den Boden, Polizei! Auf den Boden! FBI! Auf den Boden! Auf den Boden! CIA, runter! FBI! This LMG's a little bit unsatisfying. Now if I go and do this secret agenda here... Oh no, I could do that one. I'm allowed to do that one. And yet, previously you saw me through the uh... Ow. Pistole! Er hat eine Waffe! Hinten! Hey, Capron! Lauf! Die entgeht nichts, was? Vorne! Sie hat eine Waffe! Grenat! Ow! Shit! McColl, gib mir Deckung! Wicht! Auto! Party! Get out of here! Devoja matar! Devoja matar! Pistole! Diese Arschlöcher fangen an zu nerven! That's why I brought the machine gun. I'd like a checkpoint. I know I'm failing all the secret objectives. Oh, thank you. Feeling a bit better now, I've got an LMG. FONEN! 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 Wir sind hier fertig! Was, One guy? Go to the place where... ...Eyesus is located. Du musst das nicht alles alleine machen! Wir müssen das! Aschlecher-Ming kein Ende! Sie sind fast bei ihm! Schnell! Shock an EMMO? Really? Wer benutzt den Schocken? Ich meine, wer benutzt den EMP? Er benutzt die gleiche Ammunizierung als dieser, denn sie haben, wie light, heavy und... Komm, nächste Ball, komm. Los doch, los doch! Ich will, dass du das machst. Los! Ich habe eine lighten Maschine. Wahnsinn, Schuss! Ja, nein... Niemand ist in der Schuss. Hier ist die Maschine. Aber du hast das gesehen, aber... Okay. M4. Dieser Pendejos, gehen mir auf die Nerven. Na, you know what? Oh, I really wish I hadn't done that. This machine gun, too powerful. Los, entdeckung! Lassen, vorne! Mist, ich bin völlig verloren! Kado! Sie nehmen den Eingang unter Beschuss! Runter! Geht von links an! Laufen! Puschen, wir sind weg! M4. 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 M4! Laufen! M4! M1! M4. M5. M4. M4! M4. M5. M5. M4. M5. I'm just running around with an LMG. Technically, we're still policed. Well, not policed, but you know what I mean. Okay. That was probably the last one. Man, this would have been fun to play in co-op. Definitely. Ah. Really? Okay, she's okay. Okay, she's okay. Okay, she's okay. Okay, she's okay. Ich muss meinen Vater anrufen. Alvarez ist ein Verräter. Keine Sorge. Der Pentejo wird bezahlen. Draußen wartet ein Wagen. Los! Wir bringen das zu Ende. Emilio, du gehst mit Jesus. Okay. Nein! Ich will die Dreckssäcke selbst erledigen. Wenn du drauf gehst, hilf nicht dein Vater, Micho. Verschwinde. Los! Paco, pass auf die Tür auf. Mach dich bereit. Los! Ich habe gehört, dass hier ein Wagen auf dich wartet, Jesus. Na los, drehen wir eine Runde. Mosquito? Oh, I didn't get a chance to pick it up. Oh, no, I'm driving. Oh, no. Steig ein. Los! No. Please, no. No more. You got the Puta, Matalon, etc. Achtung! Lenk! Lenk! Mist! Oh. Oh. Durch das Tor! Mist! Das ist zu! Na und? Scheiße! Na los, schneller! I can't, like, there's no accelerate faster button. Accelerate faster. At least we got a checkpoint. Was öffne! Inhalten du einen Wagen! Panzer! fort! Tem! 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 Ich denke, sie sind alle hinsen mich. Ich denke, sie sind alle hinsen mich. Ich denke, sie sind alle hinsen. Ich denke, sie sind alle hinsen mich. Ich denke, sie sind alle hinsen. 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 Ich denke, sie sind alle hinsen.